Das klingt nach Abendessen. Finn, öffne die Tür. Öffne sie los! Nichts, da Marceline! Ich öffne diese Tür nicht, wenn Unschuldige dabei verletzt werden. Hast du nicht ein Wort gegeben, mir zu gehorchen, du Held, du? Ich... ja... Es tut mir leid. Du hältst ihn fest. Hast du Spaß daran, Finn? Nein. Nur keine Angst, Finn. Ich hol dich da raus. Ich hab schon den perfekten Plan. Ich lauf nicht weg, Finn. Das ist alles Teil meines Plans. Bitte, Menschenjunge, lass mich gehen. Tut mir leid, Sir. Ich bin durch meinen Ehrenkodex gebunden, zu tun, was sie sagt. Oh, ich verstehe, Sohn. Ich war auch schon einmal verheiratet. Moment mal, ich bin nicht mit dir. Oh, hört auf zu reden. Das Essen ist serviert. Nein. Nein. Wie kannst du es wagen, Handlanger? Ich befehle dir, mich essen zu lassen. Ah, diese rote Fliege war delikat. Was hast du, Finn? Ich... ich dachte... ich dachte, du würd... Oh, meine Güte. Eine weiße Fliege. Danke vielmals. Das ist so wundervoll. Oh. Ja, aber... Was? Du weißt doch, manchmal brauch ich was Rotes. Oh, ach ja. Okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay.